Sie sind hier, 15. Oktober 2018, 17.21 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Lieberin James M. will mit den Lakers angreifen, die Celtics, L. und die Warriors, R. wollen ganz vorne mitmischen, Urheberrecht, Sport1-Grafik, der die Image-Saison start in der NBA. Die Golden State Warriors peilen den dritten Titel in Folge an, doch mindestens zwei Teams haben etwas dagegen. Das Sport1-Power-Ranking. Endlich wieder Basketball in der stärksten Liga der Welt, in der Nacht zum Mittwoch startet die neue NBA-Saison und Meister Golden State greift direkt in das Geschehen ein. Auf Steph Curry und Co. warten die Oklahoma City Thunder mit Neuzugang Dennis Schröder. Auch in der anderen Partie geht es heiß her. Die Boston Celtics und die Philadelphia 76S fighten ihr erstes Duell in der Eastern Conference aus. Anzeige, jetzt die neuesten NBA-Tricost kaufen. Hier geht es zum Schock. Die Warriors peilen nach zwei Titeln in Folge des Triple an, doch mindestens zwei Teams haben etwas dagegen. Wer kann der über Franchise gefährlich werden und was macht Liebren James nach seinem Wechsel zu den Lakers? Sport1 hat die 30 Teams vor dem Saisonstart genauer unter die Lupe genommen. Anzeige, die NBA-Jab 16. Oktober live bei DRZN, jetzt gratis monatsichern. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Mehr Mehr